Tiere als Heiler Wir alle haben mal einen emotionalen Durchhänger oder Ängste. Doch dann stupst dich eine kühle Schnauze an oder es tapst ein samtiges Pfötchen nach dir. Da ist er, dein Heiler. Tiere sind Lichtbringer. Für dich, für mich, für uns alle. Sie helfen uns über schwierige Zeiten hinweg. Gleich, ob wir uns zu dick fühlen, ob wir uns vom Partner getrennt haben oder in einer Krankheit stecken. Unsere Tiere sind präsent und sie nehmen uns, wie wir sind. Sie helfen uns, trösten uns, sind für uns da, wenn wir uns einsam fühlen. Sie sind weise Helfer in der Not, berühren unser Herz mit ihrem Sein, lassen uns neu erstrahlen, bringen uns zurück in unsere Mitte, lassen uns auf das besinnen, was wirklich wichtig ist. Sie sind ein Grund, morgens glücklich aufzustehen. Ihre liebevolle, ruhige Art lässt uns entspannen, wieder mutig werden, in die Ruhe finden. Unsere tierischen Helfer entführen uns in unser Sein, während sie auf uns schlummern und sanft schnurren. Sie bringen uns dazu, uns nicht aufzugeben, sondern wieder Kraft zu schöpfen. Unsere Hunde ermutigen uns, uns draußen an der frischen Luft zu bewegen, wenn wir mit ihnen durch den Wald oder übers Feld gehen. Sie muntern uns auf, wenn sie Blödsinn machen. Unsere schnurrenden Samtpfötchen bringen uns wieder ins Gleichgewicht, indem sie die niedrig schwingende Energie transformieren. Sie bringen uns zur Ruhe und geleiten uns in die Gelassenheit. Tiere helfen uns, aus unserem seelischen Loch herauszukommen. Sie unterstützen uns in vielen verschiedenen Formen. Entweder im Alltag oder als tierische Unterstützung für Menschen mit Besonderheiten. Sie öffnen uns und unser Herz, lassen unsere Seele tanzen. Wir lernen uns selbst neu kennen und erfahren großen Reichtum im Umgang mit Tieren. Sie lehren uns, sie fordern und fördern uns, indem sie uns spiegeln und Botschaften übermitteln. Sie lassen uns über uns hinauswachsen. Sie heilen uns. Unsere Tiere möchten, dass es uns gut geht. Sie spüren unsere Energie, bemerken unsere Laune, unsere Gemütszustände und sie lieben uns. Aus dieser bedingungslosen Liebe heraus sind sie für uns Seelentröster, Begleiter, Freunde, Familie und Gesellschaft. Sie geben uns Halt. Sie sind Heiler. Geben wir auch Ihnen unsere Liebe. Liebe ist der Schlüssel zu allem. Deine Tanja Hansen Begleiter, Sie geben uns hier Tambeni. Begleiter,